Als Christ sollte man nur die Bibel lesen. Alle anderen Sachen, besonders naturwissenschaftliche oder weltliche Literatur, gehört hier überhaupt nicht her. Stimmt das? Stimmt das? Stimmt das? Das sage ich ja gar nicht, dass es nicht stimmt, dass der Geist Gottes uns Dinge offenbart. Aber es gibt einfach bestimmte Faktoren in der Bibel, die wir beachten müssen. Zum Beispiel, dass die Bibel schon sehr alt ist. Dass sie in einem Kulturkreis geschrieben wurde, den wir so nicht direkt vor Augen haben. Dass sie in einer Zeit geschrieben wurde, wo andere Regeln galten als heute. Dass sie in einer Sprache geschrieben wurde, die du wahrscheinlich nicht sprichst. Das heißt, um die Bibel in ihrer Fülle verstehen zu können, muss ich irgendwann mich in diesen Punkt begeben, zu sagen, ich brauche hier Hintergrundinformationen zu dem, was da steht. Vielleicht muss ich mal in den Urtext gucken. Na gut, wenn ich den Urtext nicht lesen kann, dann brauche ich vielleicht Literaturhilfe dazu. Oder, hey, ich verstehe hier nicht zum Beispiel mit diesem Schweißtuch bei Jesus und dem Grab, warum ist das so? Ja, da brauchen wir vielleicht gewisse kulturelle Hintergründe, die uns nicht in der Bibel geliefert werden, sondern die wir in Fachliteratur nachlesen müssen. Zweites Argument, das wir vielleicht ein bisschen mehr lesen sollten als die Bibel. Die Bibel ist keine Ikea-Anleitung. Was meine ich damit? Also, ich weiß nicht, wer von euch Ikea-Fan ist, aber manchmal sagt man ja, das ist so simpel. Das ist wirklich jeder Schritt so quasi. Wobei ja auch ein bisschen in Verruf ist, dass das nicht ganz so toll ist, die Ikea-Sachen. Aber überlasse ich jedem seine Meinung. Naja, auf jeden Fall, die Bibel ist nicht eine Anleitung, die mir alles über mein Leben sagt und am Anfang noch alle Teile auflistet und sagt, das musst du dann und hier gehört das rein. Es gibt Punkte, die sind offen. Also, es gibt Sachen in der Bibel zur Kindererziehung, tatsächlich, die sind aber nicht so zahlreich. Es gibt aber gute Ratgeber zu Kindererziehung, die auf dem basieren, was die christlichen Werte sind. Und es ist überhaupt kein Fehler, von der Weisheit von anderen Menschen zu profitieren. Selbst die Bibel sagt, die Weisheit ist ein hohes Gut. Und wir sollen nicht nur aus der Bibel lernen, sondern wir sollen nach Weisheit suchen. Natürlich ist die Fülle der Weisheit in Jesus, das glauben wir. Aber Jesus hat uns nie gezeigt, wie ich meine Kinder zu Hause erziehe, wenn sie mich ständig anlügen oder wenn sie Süßigkeiten klauen. Und vielleicht muss ich mir da einen Ratschlag holen von Leuten, die die Weisheit Gottes zu diesem Punkt bekommen haben und die Erfahrung gesammelt haben. Und dann kann ich von diesen Menschen lernen. Also, die Bibel ist kein Praxishandbuch für alle Belange meines Lebens. Und so versteht sich die Bibel auch gar nicht. Und das dritte Argument, warum ich mehr lesen sollte als die Bibel, ist, dass die Bibel schnell zu meinem eigenen Interpretationswerkzeug wird. Das bedeutet, vielleicht habe ich die Bibel schon lange gelesen und ich habe mir über die meisten Versischen eine Meinung gebildet. Und vielleicht sollte ich mir die Meinung anderer Menschen über bestimmte theologische Meinungen ansehen, um meinen Standpunkt zu hinterfragen. Vielleicht sollte ich sogar in den Bereich Psychologie oder historische Forschung oder Naturwissenschaft gehen, um herauszufinden, was Wahrheiten über diese Welt sind. Um dann meinen eigenen Standpunkt, auf dem ich mich sicher fühle, zu hinterfragen und überhaupt hinterfragen zu können. Denn wir als Menschen sind so, wir hinterfragen meistens erst, wenn wir es müssen und wenn wir konfrontiert werden. Und die Bibel konfrontiert uns irgendwann nicht mehr mit Neuem, wenn wir nicht bereit sind, neue Impulse aufzunehmen. Also nehmt diese Gedanken einfach mal mit. Es ist sehr wichtig, dass wir die Bibel lesen. Ich möchte es auf keinen Fall runterspielen. Aber es ist wichtig, dass wir die Bibel gesund lesen und dass wir tiefer einsteigen können in das Wort Gottes und das, was Gott uns sagen möchte, erfordert manchmal ein bisschen mehr Les- oder Hörarbeit.